Na, stark nach vorne, stark, so ist gut. Und in die Bewegung nehmen, aber nicht zu weit. Gut, so, nehmt vor, nehmt den Ball dahin. So, jetzt muss ich den langen Schritt machen, und das ist Kacke. So, deswegen hier, mehr. Jetzt spielst du nochmal schlecht. Spiel nochmal schlecht. So, jetzt wenn ihr hier in der Bewegung seid, so, jetzt müsst ihr keinen langen Schritt machen, jetzt habt ihr ihn. Ja, gut gemacht, Patrick. Ja, ein bisschen zu weit rechts, nicht schlimm. Polidier, gut gespielt. Ich sehe bei den meisten von euch Folgendes. Die kriegen den Ball gespielt, nehmen ihn an, und was passiert dann? Wie müsst ihr das sagen, spielen wir den Ball zu mir. Jetzt, schau mal her. Ihr spielt, so, jetzt nehmt den Ball und geht in die Bewegung, ne? Das wär gut. So, ihr macht Folgendes. Ball zurück. Ihr nehmt den Ball an, und der Schritt ist nach hinten. Und das ist Zeitverlust. Auf hohem Niveau ist es die Zeit, die euch fehlt. Das heißt, ich nehmt den Ball an, geh in die Bewegung, und spiel den Ball. Ja, besser. Ja. Wenn jetzt auf acht, klappt das sogar. Jawohl. Ja. Super. Ja. Jetzt geht ihr richtig entgegen. Das ist ein, 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 das